Weißt du was? Bekommst du aber nicht wieder. Erstmal gelöscht die Waffen. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich ein bisschen traden. Wenn die beiden mich scannen, werde ich das als Video hochladen. So als Scammer wurde gescammt. Ich nehme jeden Trader auf und schaue euch das Video um ein bisschen an. Tragt meinen Creator Code in Itemshop ein und ja, let's go. Ich gehe jetzt. Also ich habe die Namen nochmal weg gemacht, weil man weiß ja nie, ob die am Ende dann privat bleiben wollen oder nicht. Deswegen habe ich zur Sicherheit erstmal weg gemacht. Weil falls sie dann hier sagen, nein, ich möchte meinen Namen nicht im Video haben, dann wäre das wieder für den Arsch. Dann müsste ich das dann wieder komplett, das Video da den Namen wegzansieren und so. Das ist komplett kompliziert. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Deswegen habe ich es einfach hier ausgeschaltet mit den Namen. Und ja, ich gehe jetzt in Sprache drüber. Hallo. Hallo. Hat der Bock zu trainen? Hm, ja. Wo trainen wir? Ich muss nur sagen. Ja, erst mal Dings, kein Plan. Äh, lass uns in dieses geile Haus da gehen. Komm, komm. Ja, der, ja. Geben wir, wir bauen die ersten. Ähm, komm lass hier in den Haus da drin, Traden. Komm rein. Ja. Äh, ja, hier können wir ja irgendwo eine Tradebox hier so. Komm hin. Komm, komm rein. Ja, genau. Und du gehst auf die andere Seite. Ich hab mal dein Inventar. Nein, nein. Was soll ich verhasen? Nein, ähm, Dings. Guck, warte ich noch mal. Ich hab' ich noch mal. Ich hab' ich noch nicht. Nein, dann könnte ich. Junge, Max oder wie du heißt. Hallo, geh doch da hin. Geh da hin. Nein. Wieso nicht? Ja, soll ich jetzt mal eine Metatoren? Oder nicht? Hier, geh da rein. Nein. Dann sehen wir uns so schräg ist idiotisch, dann könntest du da einfach das Fenster. Nein, Dings ist safe. Ach, Digga, da ist Boden doll. Du bist Scammer, Junge, was baust du überhaupt so in Scammer? Was da runter? Ja, wir wollten, dass wir jetzt werden. Das seid so in Scammer. Ja, hier halt auch. Okay, gut. Gut, dann bauen wir jetzt. Kidulary. Geben wir es mal richtig? Ja. Ach, was sollt ihr denn haben? Hm, der andere Fisch. Warte, droppen mal deine Sachen. Wir sind auch an Zeit. Wir traden dann. Okay, droppen mal deine Sachen. Droppen mal deine Sachen. Und zwar ist es kein Bodenfisch. Wir traden hier nicht. Oh. Ja, Digga. Wo wollt ihr denn? Wie wollt ihr ja hier töten? Dann sag mal, wo? Ja, bau doch ne Trap. Gibt doch recht, dann bauen wir hier ne Trap, dann können wir hier traden. So, komm. So, jetzt. Scamst du uns noch? Ist halt so. Ah. So, ah. Jetzt passt's auch. Ähm, wir würden dir, ich würde dir hier die Falle traden, die ist auch nun mal selten. Ich brauch die nicht. Weil Sven, die ist 140. Die ist so selten, Junge. Was glaubst du, 130 bist du los? Äh, das ist die seltenste Fall, wo sie in dem war. Hier, Moin. Äh, die seltenste Fall wird sich trainen. Nein, brauchst du in dem nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Eure seltenste Fall. Du wirst jetzt, du wirst mir jetzt nicht glauben, was ich hab, okay? Das ist, das ist so leiten. Spektalkohle. Digga, seid ihr doch? Ne, ne, nein, Spaß Digga, hier guck, Rebenkrum. Bis der Decke ist, Tal, oder wie der heißt. Ne, ich verlass nach. Mit solchen, du nicht, brauche ich nicht. Gib zurück, Junge. Sag ich noch mit euch, Teile oder wie ich würde? Ja, guck mal, mein Mädels. Ja, please, komm, füllen, ja. Ja, dann, tu mal hier nicht auf Grundschule. Dann lass das mal ganz maximal los, das Level. So, also... Was brauchst du jetzt alles? Äh, alles. Waffen. 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 Hast du Totengröbe? Ja, und du hast ein Eisbill. Kannst du noch ein bisschen mehr drappen? Kannst du noch Material in den Neues sagen? Kannst du noch Material in den Neues sagen? Sicherer essen, also. Und bitte nur noch irgendwie ein Stecks Sonnen. Nein, hab keine Sonne. Was hast du denn sonst noch Sonnenmaterial? Nichts. Nichts? Hä, was ist das? Guck mal da. Was? Hier, guck mal. Ah, gescammt, junges und lost, junges, ja. Digga, was? Egal, die Eisbill. Das habe ich trotzdem noch. Nö, ich hab die. Ja, deswegen komm ich immer in der Hand hier, ne? Oh, ähm. Ey, ihr seht ja meine, hier bei, meine Eisbill, ne? Die ist was Besonderes, und das ist eine Galaxy Eisbill. Oh, heidegger. Warte, ich hab... Wollte sollen haben? Oh, ja, dürfen wir sollen haben. Guck mal. Ey, ich tausche die gegen einen Driftboard. Warte, guck, ich kann nicht mal. Warte, kurz, noch mal ich kurz baurechte weg, ne? Ja, guck mal. Guck mal, mein Galaxy Driftboard. Guck mal, mein Galaxy Driftboard. Ja, so, das ist halt eine Galaxy Eisbill. Du bist schon lost, du bist schon lost, du, ne? Das ist eine Lackierung, du bist schon lost. Wollt ihr mich falsch? Nein, Digga, das ist keine Lackierung. Eine Lackierung, du Idiot. Habt ihr euch das mal an? Ja, wahrscheinlich nicht, Digga. Gefähr? Dann sammle ich sie mal auf. Nicht mal mit Element, Junge. Digga, so richtig lost, ne? Geh nix dir, wer ist das? Wollt ihr den nicht haben? Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ja, ja, drop mal, drop mal, drop mal, drop mal, und gib uns baurechte. Nein, gib mir mal, gib mal, gib mal, gib mal. Das ist sauf viel Wach. Ja, Digga, bist du auf, Scammer, Junge. Soul. Ja, das ist sauf scammer. Ja, das safe scammer, bin nicht, was auch ihr gerade gemacht. Ja, scammed, ne? Ich bin nicht gescammed dich. Gibt, hier, ich geb dir die Waffe wieder. Ja, so. Ja, so. Ja, haben sie dir gegeben? Ja, aber sag ¿Dirn aus? Gib mal die Totenrufe. Das ist egal, die Presse, überfüßend zu können. Ja, ich hab' dich nicht mit deiner Scheiße am Boden. Ja, ich hab' dich nicht mit. Ja, nimm, Digga. Digga, so richtig lostig. Ich hab' dich, Digga, so ein Scammer. So, ein Scammer. und die kommen auf Kuhn aber die man sich nicht die Last und die Zerrechte haben sich nicht der Betriebe und der Landtäne nicht ja auch ein Mal aus er verlasst auch die Erinnerung gibt uns doch jetzt die Erlehrer verheiratet er hat den Eiswürstern ich war ein bisschen kämpft und ein von uns rechte ein ich gebe euch keine rechte ja einer zwischen sich halt das gerne ja der eis fisch ist eine ehrenlose des campers machten jetzt nicht passt wir sind beide keine scam hier sogar eine gemodete und schult habe ich zeigen wir dürfen wir die mann gucken nur guck mal ich hab ein schneebeilwerb einfach ohne element mit schneelementen hier eine donnerwetterwüchse 130 können wir angeboten müssen wir auch die tränken mit dem an die war hier wird reden die gegner toten gräber ok toten gräber durch noch so wenn ihr kommt mit tränken die tränken die tränken wieder schauen gegen die drei ein paar das ist ja jetzt die jungen spieler nur eine toten gräber nach kohlen da kommt gegen die da ein paar alle und nicht weiß dann geben wir auch noch die einst du musst du aber knackst jahr zu berichten gegeben ich bekomme von euch rechte wenn er da und er hat auch wer hat ja warte ich editiere dann außenrum aufrufen nein soll es so oder wie machen wir das er meinte doch einfach in die auf ich bitte viel hier zum ersten hier ich habe mich verbaut heute gehen und sagen wenn es geht er okay hier das können wir dann ja auch und gekommen nach vorne der laufe dadurch kommen wir nach vorne ja ich mag es ja noch zu kommen ich will warte das bauern funktioniert gar nicht du musst ja auch nicht bauen sie brauchst du überhaupt ja moin ist ein Müll Scammer er ist zu blöd zu Scammer wie willst du jetzt zu deinen Waffen kommen? wie willst du jetzt zu deinen Waffen kommen? ja ist weg er ist einfach zu doof um zu Scammer ah nein Hilfe er ist ein Lostion er ist ein Lostion er ist ein Lost Junge er will er will kann man Open World komm mal mit ja ich bin hier drin ich bin hier drin ich bin hier drin ich bin hier drin aber wir können jetzt nicht mehr trainieren weil du wolltest es uns grad Scam und wenn wir keine Baulichter haben dann geht es ja auch nicht so ja ja das bringt uns die aber nichts wie Prädenbox nein Open World du hast keine Form bewiesen mit uns Scammer bist ja ja ich hab euch nicht mehr gescamt vielleicht hab ich ja versucht euch zurück zu scam aber ihr habt mich gescannt und ist auch geschafft ja wir sind halt besser als du ja ja ich habe aber auch schlecht bekommen ich auch sagen weil ich bin ein Sohn in dem Spiel ich bin jetzt da habe ich nicht mehr zu lassen nötig zu scam Junge wir gehen zu sparen da kommen da geht ihr zu anderen um Fußball ja wir gehen zum anderen Tor da hat du mal auf der Seite dein Inventar meine Wörter so gestorben ja sie werden hier wo ist der andere ein anderer da oben geh du dahinter das nicht ich geh da hin oder ich krieg dich der ich krieg dich ich geh dahin oder ich krieg dich ich ich bin komm her ja hallo was ist los bei dir ja geh jetzt noch andere ich krieg dich ja was glaub ich war mein Internet ist ja Pechkarte kauft ihr einen neuen WLAN-Motor jetzt mal deine Spaß so warte hier eine 122er Welt des Gründers alles da ist nee warte mal das hm hab gedrobt das ist doch nicht dein empfohlen waren dass wir mehr Waffen nein das waren genauso viele obwohl ne zwei Stück hatte ich noch die nein das war mehr Waffen Herr Bruder schon nicht mehr ich habe so gespürt aber ich nicht wenn es im Moment er hat auch noch Materialien oder du hast einen schwerter wo ist der andere rein der ist glaube ich runtergefallen schwert ok hab gedroppt kannst du noch ein paar Materialien zu packen hast du kohle oder immer weiter nach hinten da immer weiter nach hinten noch weiter so erstmal was würdest du dafür trainen ich muss näher ran ich sehe das nicht ich sehe das nicht ich muss hin ich sehe die Waffen aber nicht kauft dir eine Brille alter ja entschuldigung ich bin ein Fisch ich kann keine Brille tragen bist du behindert nein ich bin ein Fisch ach halt die Fresse guck mal komm mal her komm her komm her hier guck dir das an einfach ein Model Schneeballwerfer guck mal der hat einfach Schnee Element jetzt mich verarschend der hat Schnee Elemente das würde ich mal nennen dann müsste Scammer hier ich hoffe der andere ist echt komplett weg Digga was macht er jetzt da hinten man Digga Digga ich war verlassen oder ich kipp dich Digga mein Game Black oder geht doch zum anderen Tor Digga dann warte ich war ich baue mich hier ein ich baue mich ein ich baue mich ein mein Game Black oder ich komme nun wieder ok ich nenne wir dann baurechte Wecker war ok komm ja ist vielleicht warte ich glaube wieder mal die Sachen ok bei mir gehts wieder und dann obwohl ne warte kurz bei mir gehts wieder ich hab grad eine Sache bei mir gehts wieder ich hab grad wieder eine Route eingesteckt ähm ich will das mal mit euch nicht geben ich will das mal mit euch nicht ich will das mal mit euch nicht nein ich will das mal mit euch eins und wenn ich dann nicht warte ich guck mal mit meiner Eisbus kurz was ihr alles habt da kann ich mir das mal gucken was ihr alles da gedauert habt so was habt ihr da das war aus das war aus das war aus das war aus was ich mir ein paar sachen aus die ich hier mir baure ich glaube ich habe keinen bock mehr aber du kannst mich kicken ich laufe hin und hör mir baurechte mir noch baurechte und ich kick dich einfach ich würde mir bauern komm komm ja ja komm ich lauf geüttes hin und her dass ich dich nicht gekme du hast das dein ernst ja wie ja ein fisch und besiegt werden zusammen ja dann geht du da hinten hin digga geht du da hinten und bleibt dahinter hatte ich den stunden mal wieder was ein spaß der halt du mal die frasse oder ich krieg dich oder du wirst da wieder gestohnt ich war so ich habe es gesagt ich mache es auch drücker ich meine vollkommen ernst können wir box werden weil ich habe dich ja nicht kriege ich dann wieder baurechte ja danke und entschuldigung dass mein freund nicht gescannt hat ja warte ich lächle mich auch aus der fahrer ja der hat mich auch immer gescannt und zwingt mich jetzt dazu mit dem system gewartet ich halte dich mal ein bisschen lauter ok also er zwingt dich halt zu scannen oder so ne ja machst du es dann auch wenn du dich dazu zwängt ja aber also meistens will ich gar nicht und verlassen einfach aber dann geht er immer zu mir nach hause weil er wohnt neben mir und schlägt nicht gern ok und ich gebe den leuten einem heimlich ihre sachen wieder ok also noch sachen von ihm im winter von dem anderen fisch ok hast du Lust mehr bei den laden in der gleiche machen ein und dann hier tust du so als wäre es sehr freundlich können wir bei denen ok wo er hat mich eingeladen ok ich darf noch warten bis er reinkommt hallo fisch bist du da ganz beschreiben ja kommen dann lass noch mal tränen naja kein bock mehr warum ey kommst du schon mal vor allem ist 31 abgezogen warte 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 ich hab ihn jetzt gestimmt ich hab ihn jetzt gestimmt ja ja er kann ich trotzdem hören ne 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 kommt jetzt mal hierher wenn du ihn schön ne ich bin ich doch es gibt sie dann ich bin ich nicht wieder ja ok haupte alter kommt doch nicht so wie soll ich so kommt jetzt mal hier kommen wir jetzt einfach und das ist ein ne ne kommt jetzt ich werde nicht Warum? Weil mir gekickt ist, dass du mein Vertrauen bekommst. Du bekommst auch eine Waffe geschenkt. Die nehmen mich auf Tränen, tue ich trotzdem nicht. Ah, ne, dann nicht. Soll ich dich da wieder klicken? Kannst du gerne noch? Okay, dann tschüss. Ja, hier der andere, hast du Bock zu Tränen? Ja. Okay, komm, ja. Aber er ist wirklich ein Scammer. Ja, du nicht, oder? Kannst mir vielleicht was schenken, irgendwie eine Eisbiss oder so, weil ich hatte noch nie eine Eisbiss. Na, ich hab' leider nur noch eine. Okay, komm, hast du eine Skizze? Ja, Gok, 130er Triniari, Tedo oder so heißt die war voll, die kann ich dir anbieten. Ähm, was willst du dafür? Keine Ahnung, biet irgendwas an. Ähm, ich kann dir ein Stack Freizeiten und ein Stack Decken aus. Oh, so viel? Ja, okay, ich will das wohl machen. Soll ich auch editieren? Ja, nee, warte, kannst du noch ein bisschen was drauflegen? Weil ich glaube, das ist ein bisschen viel ein Stack, oder? Ja. Ja, okay, komm, noch ein Kürbis, warte, wenn wir grad so, äh, durchzutoppen. Ja, das hier und das hier. So, machen wir das? Hast du noch Kohle? Nö. Und Batterien? Auch nicht. Aktive Energiezellen? Ähm, zwei Stück nur. Kannst du die noch dazu packen? Okay. Komm. noch ein Stack. So, machen wir das? Ah, du lauch. So ein Lappen ist. So ein Lappen ist. So ein Lappen. Ja, moin. Von wegen des Games nicht, ne? Von wegen. Aber, also ein Lappen ist. Du bekommst ja eine Waffe von mir geschenkt, aber dafür traden wir für okay. 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 Ist ne Eisbüß sogar. 130 von Leji. Komm mal rein. Komm jetzt rein. Dafür scannt jetzt keiner von uns. Okay. Weißt du, ich hab'n model toten, äh, Kürbiswerfer, der hat einfach kein Element. Okay. So, ich hab' dir mal kurz rechte genau weggenommen. Ja. Also, guck, dort einfach mal kurz hier, oder zeig' einfach mal kurz alles, was du hast. Und dann suche ich mir auch ein paar Waffen aus. Guck, warte ich noch ne Waffen aus, dann kann ich halt so zielen und dann sehe ich halt besser, was du da hast. So, dann dann einfach mal kurz alles, was du da hast. Nein, guck, so noch mal paar Sachen aus. Kein gar nichts. Ja, du bekommst gleich die Rechte, wenn wir dann das handeln. Ja, okay, aber ich glaub' nur einzeln, ist es okay. Nein, nicht einzeln, der auch. Weil ich kann mir nicht alles merken, der gleiche Kurze gezeichnet. Okay, ich hab' dies, ich hab' dies, ich hab' dies, ich hab' dies, und das ist alles. Das alles. Zeig' noch mal hier dein Netz und so, leg' das einfach mal da oben drauf einfach. Netz hab' ich gar nichts. Ich hab' noch mal die Waffen und dann noch mal hier fallen, oder... Oder später hab' ich nicht. Ich hab' das auch nicht. Ja, sonst drop' dann mal wieder einfach die Waffen und so. Drop' dann mal alle Waffen wieder. Ja, aber dann musst du auch was drop'n. Okay, warte. 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 Nur 122er und das Grunde ist die... Ja, aber ich hab' nur 30er auch. Ja, aber das ist halt ne Gründerwaffe, deswegen die so viel wert. ich habe auch gründer Waffen ja okay warte und dann denke ich einfach noch kurz einer hier gemordet worden schaut drauf die Sorge gehört was ist an der gemordet ja halt dies ohne Element okay also ich hab die Waffe ich hab die Waffe ich hab die Waffe und ich hab die Waffe okay hier zeigt er noch mal deine Schwerter oder und also doch einfach mal kurz alles was du hast und dann suche ich mir was aus was ich dafür handeln würde das kann man oder gescannt und was hattest du jetzt wirklich so ach die Trauer noch dazu glaube ich oder also nah gefahr keiner war so und dann die Metz waren auch alle einzeln also und das war echt alles was du hast ja dann hast du gar nichts mehr sowieso aussieht heute ist jetzt ernsthaft los das ist dein ernst das ist dein ernst ich kann dich nicht ernst nehmen lachst du oder heulst du das ist verschluckt das wir hast du plötzlich gelacht oder gewollt ja komm mal her komm mal mit ich zeig dir was weg mit einer schönen Waffe die wird erst mal schön gelöscht nee ich weiß dass die nicht gelöscht wird ich hab gerade gesehen dass sie wieder aufgenommen hast musst du dann gleich nochmal unterwirken weißt du was wie wir es dann machen immer stelle ich mal von mir in diese Box rein nein du brauchst auch nichts vom einfach nur reinstellen und ich mach dann so also warte mal das hier war deine Waffe wasser gehört noch dir was noch dann hatte ich noch aktive Energiezellen wie viele eine eine ok was noch Batterien glaube ich wie viele m 10 oder so 10 10 ok 8 hatte ich 8 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 5 5 Stücke 8 9 8 10 ja okay also möchtest du die sachen wieder haben ja weißt du was bekommst aber nicht wieder erst mal gelöscht die waffen und was sagst du dazu man ja also ich würde mal sagen es gerne wurde gescannt ja jetzt komme ich meine waffen nicht wieder ist nur mein ganzes inventar ja pechmals kennt auch nicht digga selber schuld leute dieses video diente natürlich zur enthaltung die beiden sind in der beschreibung verlinkt ihr könnt euch ich bin alles was ich habe eine wache ich bin ja nicht alles haben aus haben weil ich hoffe ich das war es dann mit diesem video haut rein und critical max kassler auf